Bitcoin, 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 there is no value, it's a bubble. Bitcoin may well be a substitute for gold. Wie viel Krypto soll tatsächlich denn jetzt ins Portfolio? 5%? 10%? 50% oder noch mehr? Das fragen sich gerade viele Anleger und suchen nach einer Lösung. Und wenn man danach googelt, findet man so viele Antworten wie nach dem Krankheitsbild, Husten, Sterben und so weiter und so fort. Deswegen haben wir auch mal in der Community nachgefragt und erstaunlicherweise konservativ waren die Antworten. 5%? 10%? Das war so im Mittel, was wir dort gefunden haben. Aber auch viele haben gesagt, 0%? Das soll überhaupt nicht ins Portfolio. Und im heutigen Video wollen wir uns der Frage mal annehmen, ob Bitcoin überhaupt ins Portfolio soll und falls ja, wie viel denn? Und wenn du daran glaubst, dass Bitcoin in 5 Jahren höher steht als jetzt, dann drück doch mal den Like-Button. Und wenn du nicht klickst, dann kannst du die Bitcoin auch gerne an uns überweisen. Im Vergleich zum Aktienmarkt oder den Edelmetallen sind die Kryptowährungen noch eine recht junge Asset. Deswegen kann man auch nur schwer Jahrzehnte zurückrechnen bzw. ist es einfach nicht möglich. Das tut aber nichts zum Abbruch, dass immer mehr Akzeptanz von Kryptowährungen im Markt stattfindet. Bitcoin hat inzwischen eine Marktkapitalisierung erreicht, die größer ist als große Firmen, wie wir sie kennen. So eine Johnson & Johnson, eine Visa, eine Tesla, aber auch der Weltkonzern Samsung. Und hier werden also schon enorme Summen bewegt. Hinzu kommt die immer einfachere Verfügbarkeit für uns Anleger, aber auch für die institutionellen Investoren, was natürlich dem Ganzen nochmal einen Schub gibt. In den USA ist der Handel von Bitcoin sogar schon so bei Größen wie Paypal möglich, aber auch in Deutschland haben immer mehr Broker wie zum Beispiel Trade Republic die Möglichkeit jetzt gegeben, direkt in Kryptowährungen zu investieren. Aber es gibt auch immer mehr ETP-Produkte bzw. ETFs, die es ermöglichen, in Kryptowährungen direkt zu investieren. Das Handelsvolumen auf den Kryptobörsen ist alleine 2020 um 300% gestiegen. Also wir haben die zwei Effekte, eine steigende Akzeptanz und es wird immer einfacher, in diese Währungen zu investieren. Auch mit ein Grund, warum große Investoren oder Unternehmen inzwischen auch schon Interesse angemeldet haben bzw. bereits seit einigen Monaten dort fleißig investieren. Nicht nur so namhafte Unternehmen wie MicroStrategy oder Tesla, die überall in der Presse sind, investieren bereits schon in Kryptowährungen und Co. als Cash-Equivalent, sondern auch große Vermögensverwalter ermöglichen es, ihren Investoren Stück für Stück immer weiter in den Markt einzusteigen. So ist inzwischen jeder fünfte Hedgefonds bereits in Kryptowährungen investiert und mit dieser steigenden Akzeptanz sinkt über einen sehr langen Betrachtungszeitraum auch die Vola ein Stück weit ab. Bitcoin ist zwar noch weit davon entfernt, so schwankungsarm wie Gold zu sein, aber die Volatilität hat in den letzten 10 Jahren erkennbar abgenommen, was auf eine reifende spekulative Asset-Klasse deuten lässt. Viele Befürworter sehen Bitcoin auch als eine Art Goldersatz, nicht zuletzt aus dem Grund, dass es nur 21 Millionen Bitcoins gibt. Bei einer Tagesschwankung von teilweise 30% und einem Einbruch von über 50% nach einer historischen Rallye inmitten drohender US-Inflation ist diese Behauptung jedoch immer wieder zurecht in die Kritik geraten. Wir können also schon mal für uns festhalten, dass Bitcoin noch eine sehr junge Asset-Klasse ist und aufgrund dessen sehr hohen Schwankungen unterliegt und mit der Zeit erst wirklich seinen Platz finden muss. Als Beispiel könnte man dafür sogar Öl heranziehen. Als es gefunden wurde, war es in den ersten Jahren auch noch sehr spekulativ bzw. Volatil. Und erst als man gemerkt hatte, welchen Einsatz bzw. Mehrwert für die Welt es liefern konnte, dann hat es sich langsam im Preis gelegt bzw. wurde schwankungsarmer. Diese Vola bietet aber auch gleichzeitig eine Chance für risikoreiche Investoren immer wieder günstig einzukaufen, wenn man von einem langfristig steigenden Kurs ausgeht. Natürlich weiß am Ende niemand, wo das Ganze stehen wird und ein Totalverlust ist natürlich niemals ausgeschlossen, was man natürlich immer im Hinterkopf bewahren sollte. Hier wird besonders oft das Verbotsthema angebracht bzw. die Regularien. Dass das Ganze irgendwann verboten werden könnte, ist aber äußerst unwahrscheinlich bzw. nur schwer umzusetzen. Die Daten sprechen jedoch nicht dafür, dass es aktuell zu einem kompletten Totalverlust bekommt, denn neben der steigenden Akzeptanz steigt auch die Anzahl derer, die immer länger ihre Bitcoins halten. Zudem hat sich insbesondere in den letzten Jahren ein stetiger Wertanstieg im Trend gezeigt, insbesondere nach dem sogenannten Halving beim Bitcoin, bei dem der Block Reward um 50% gecuttet wird und das ca. alle 4 Jahre. Auch der kürzliche Dip schreckt das Smart Money bzw. die institutionellen Anleger nicht wirklich ab, sondern das Gegenteil ist sogar der Fall, dass sie sich jetzt wieder gerade günstig mit Bitcoin und Co. eindecken können. Sollte dieser Trend anhalten, dass das Smart Money bzw. die institutionellen Anleger weiter in den Markt strömen, dann ist das natürlich als positiv für Bitcoin und die Altcoins zu werten. ARK Invest geht sogar davon aus, dass wenn die institutionellen Anleger 1% ihrer Assetsvermögen in Bitcoin verschieben würden, würde das Ganze nochmal um 100.000 steigen. Würden sie hingegen 6,55% verschieben, dann steigt das Ganze sogar um 500.000 an. Das ist auch meine Hausnummer und erst kürzlich hat Katie Woods das Ganze nochmal bestätigt in einem aktuellen Interview. Der Investment Case für Bitcoin und Co. ist also tatsächlich noch gegeben und wird wahrscheinlich in der Zukunft auch noch weiter wachsen bzw. der Markt dafür. Wenn dich das natürlich nicht überzeugt oder dich nicht wohlfühlst mit so einem Investment, dann ist es natürlich völlig legitim, auch nicht in Bitcoin und Co. zu investieren. Falls doch, dann wollen wir jetzt mal anschauen, wie viel Kryptowährung sollte man sich denn ins Portfolio packen bzw. was macht denn da wirklich Sinn aufgrund wissenschaftlicher Daten. Um eine möglichst gute Risk Parity bzw. Risikoverteilung im Portfolio zu haben, müssen wir uns zunächst einmal die Korrelation, also die Abhängigkeiten der Assetklassen, genauer anschauen. Das ist deshalb wichtig, weil das Risiko eines Portfolios größer sein kann, als das auf den ersten Blick scheint. Man kann in verschiedenen Assetklassen, aber auch innerhalb einer Assetklasse wie Aktien stark diversifiziert sein. Das eigentliche Risiko des Portfolios ist dann aber höher, als diese Diversifikation vermuten lässt, da eine hohe Abhängigkeit untereinander besteht. Also haben wir zum Beispiel eine Korrelation von 1, dann heißt das, wenn Aktie A um 100% fällt, dann fällt Aktie B auch um 100%, weil sie mit 1 komplett korreliert sind. Wenn wir unser Portfolio also aus einem Korb von unkorrelierten oder negativ korrelierten Anlagen zusammenstellen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Portfolio im Falle eines Abschwungs oder einer Krise einen massiven Verlust erleidet. Beziehungsweise genauso stark sinkt wie der Gesamtmarkt. Deshalb habe auch ich persönlich einen sehr großen Teil ins Our Weather Portfolio gepackt, weil genau dort die Strategie ist, unkorrelierte Assetklassen miteinander zu verbinden, um entspannt durch den Gesamtmarkt zu kommen. Betrachten wir nun die Korrelation von Bitcoin im Vergleich zu anderen Assetklassen, wie zum Beispiel Bonds, Aktien, Gold, Real Estate und Öl, lässt sich im Zeitraum vom Februar 2012 bis März 2021 eine geringe bis teilweise negative Korrelation ausmachen. Kurz zur Erklärung, um alle nochmal abzuholen. Eine Korrelation von 1 bedeutet, die Assetklassen hängen zusammen und verlaufen gleich. 0 bedeutet, sie stehen nicht im Zusammenhang und minus 1 bedeutet, sie verlaufen genau gegensetzt. Das ist wichtig zu verstehen, denn unkorreliert also 0 bedeutet nicht gleichzeitig, dass das eine steigt, wenn das andere fällt, wie es bei einer negativen Korrelation der Fall wäre. In der Tat war 2020 die Korrelation zwischen Bitcoin und Aktien so hoch wie noch nie. Allerdings ist das auf die Jahre davor betrachtet eine Ausnahme und das Jahr 2020 ist alleine in seiner Hinsicht ein Ausnahmejahr gewesen. Da die Korrelation aller Assetklassen durch den heftigen Crash gestiegen ist. Den sprunghaften Anstieg der Korrelation durch den Corona-Crash letzten Jahres lässt sich sogar in dieser Grafik deutlich ablesen. Was heißt das also jetzt konkret für unser Portfolio in Bezug auf Bitcoin? Ist es ein Diversifikationselement? Über einen langen Zeitraum hinweg betrachtet, wenn wir den S&P 500 anschauen, dann ist es so, dass Bitcoin und der S&P 500 nicht so stark korrelieren, wie das dann in der Krise der Fall gewesen ist 2020. Wir müssen uns doch aber merken, dass gerade bei solchen Crashs, die immer kürzer werden können, es zu sehr starken, ähnlichen Korrelationen kommt und der Gesamtmarkt sich sehr schnell nach unten bewegt. Die Korrelation von Bitcoin muss natürlich mit steigender Marktreife immer wieder neu analysiert werden. Aber auch natürlich, was macht das große Geld? Denn die werden einen sehr großen Einfluss auf Bitcoin und Co. haben, was in der Zukunft noch so kommen kann. Also neben der Diversifikation und der Absicherung vom Bitcoin im Portfolio, muss man sich auch die Frage stellen, führt das Ganze denn auch zu einer besseren Performance vielleicht sogar langfristig? Denn das ist ja, was wir uns eigentlich wünschen. Hier hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass bereits eine Beimischung von 3% zu einem klassischen 60-40 Portfolio vom Jahr 2012 bis Dezember 2020 die kumulierten Renditen bereits signifikant erhöhten, bei einer gleichzeitig nur minimal steigenden Volatilität des Portfolios. Hier dunkelblau dargestellt. Damit hätte man im gleichen Zeitraum sogar den S&P 500 knapp outperformed. Hier türkis dargestellt. Auch bei einer Beimischung von 1% hier grau, hätte es bereits einen erkennbaren Performance-Boost für das gesamte Portfolio ergeben. Zu einem recht ähnlichen Ergebnis kam auch die Studie von ARK Invest, Big Adiers 2021. Dort haben sie eine motokale Simulation durchgeführt von einer Million Portfolios und haben festgestellt, dass die Minimum-Varianz im Portfolio hergestellt werden kann mit 2,55% Bitcoin im Portfolio und die maximale Risiko-Chance-Verhältnis-Allokation mit 6,55% einhergehen würde. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Bitcoin in Form des Grayscale Bitcoin Trust in einigen ARK-ETFs als Position zu finden ist. Auch eine kleine Umfrage bei einigen Wolf-Managern offenbarte, dass diese sich mit ihrem Krypto-Investment alle im Bereich von ca. 1-5% bewegen. Nach der Datenlage der Vergangenheit und dem, was viele Investment-Manager tun, liegt das optimale Risiko-Rendite-Verhältnis von Bitcoin und Co. im Portfolio derzeit also zwischen 1-5-6% vom Gesamtportfolio. Wir wollen natürlich aber auch nicht verschweigen, dass große Investoren wie unser Warren Buffett nichts von Bitcoin und Co. halten und diese auch nicht als Investment-Vehikel nutzen. Das gleiche ist auch der Fall für Ray Dalio, der dem Ganzen auch noch ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Aber wenn man seinen neuesten Aussagen glauben kann, dann hat Ray Dalio dennoch in Bitcoin investiert, auch wenn er Angst vor den Regularien der Behörden hat. Ja und bei der Umfrage hat man schon gesehen, dass der Großteil hier schon in dem Sweet-Spot von 5% lag, die man ins Portfolio sich packen kann. Das ist natürlich nur das Optimum in der Theorie. In der Praxis sieht das Ganze dann wieder ein Stück weit anders aus, denn hier spielen viele Faktoren mit ein. Hier spielen insbesondere die Lebensumstände, Risikobereitschaft, Anlagehorizont, Liquidität und so weiter eine große Rolle. Natürlich muss man jetzt auch beachten, dass die Kryptowährungen noch ein sehr volatiles Asset sind und selbst wenn man sich mit 5% das Ganze nur ins Portfolio packt, kann es sein, dass es sehr schnell steigt oder fällt und hier die optimale Gewichtung nicht immer gut gehalten werden kann, beziehungsweise es sehr schwierig werden kann. Aber es kann natürlich auf der anderen Seite sein, auch dass du sehr risikofreundlich bist, so wie zum Beispiel Luisa, die 10% und mehr in ihr Portfolio in Kryptowährungen gesteckt hat. Es lassen sich also auch Argumente finden, mehr als 5% im Portfolio Kryptowährungen zu halten, wenn man die vergangene Performance sich angeschaut hat, die natürlich sehr stark war. Hier muss man aber natürlich auch das Risiko beachten und dass die vergangene Performance nicht auf die Zukunft projiziert werden sollte. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was sind eure Meinungen? Werdet ihr jetzt euren Anteil in Kryptowährungen erhöhen, verniedrigen oder komplett aus dem Portfolio kicken? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn du jetzt Bitcoin und Co. in dein Portfolio integrieren möchtest und wissen willst, wo ich meine Coins kaufe, dann verlinke ich das Ganze nochmal hier unten in der Beschreibung und in der Infokarte. Ansonsten, wenn du mehr zum Thema Geldanlage wissen möchtest, dann vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn dann bekommst du immer den neuesten Content direkt als Notification auf dein Handy. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, invest smart, statt hart, bis nächste Woche Sonntag.